Du brauchst kurzfristig noch ein Geschenk für deine Frau, hast aber gar keine Ahnung, was du ihr schenken sollst, dann ist das Video genau das Richtige für dich. Walddienstag, Geburtstag, Jahrestag, Weihnachten. Für die unterschiedlichsten Anlässe brauchen wir Männer immer Geschenke für unsere Frauen und dabei soll das Geschenk am besten noch originell, wertig, persönlich und natürlich auch noch eine vollkommene Überraschung sein. Ja, genau, die bessere Hälfte soll halt merken, dass wir uns einfach so ein bisschen Gedanken gemacht haben. Leute, eins könnt ihr mir glauben, ich war in den letzten 10 Jahren mehrfach in dieser Situation und habe mir dazu den Kopf zerbrochen. Und damit du auf der Suche nach einem passenden Geschenk für deine Frau nicht auf dem Schlauch stehst, hilft Online-Bruder Korte, die heute aus der Patsche, mit den Top 50 Geschenkideen für die Frau. Erstens, eine Instax-Sofortbildkamera, damit könnt ihr direkt schöne Momente mit eurer besseren Hälfte direkt aufnehmen, festhalten und natürlich auch direkt auf einem Polaroid ausdrucken. Zweitens, das Memories to Make Challenge Fotoalbum für Paare. Da könnt ihr als Paar auf 32 Dates gehen, die euch vorgeschlagen werden, von dem Date natürlich auch direkt ein Foto machen mit der Sofortbildkamera und das Foto direkt in das Fotoalbum einkleben. Drittens, AirPods waren für mich persönlich ein Game Changer, nicht nur zum Telefonieren, sondern auch für die Musik beim Sport und mit der Noise-Canceling-Funktion ist das natürlich auch empfehlenswert für die Frauen, damit sie das Geschnarche der Männer im Bett einfach etwas besser ertragen können. Viertens, ein Hörbuch-Abo von Audible. Egal ob zum Einschlafen, zur Entspannung oder zur Weiterbildung, ein Hörbuch-Abo von Audible kann man auf jeden Fall auch in Kombination mit den AirPods hervorragend an die Frauen verschenken. Fünftens, wenn deine Frau nicht so gerne was auf die Ohren möchte, sondern viel lieber liest, dann hast du mit der neuesten Generation des ePaperwhite von Kindle eine richtig gute Alternative. Das ist mittlerweile auch sogar wasserfest und kann auch mit der Badewanne zum Lesen benutzt werden. Sechstens, die Brand Dyson hat für Frauen wirklich eine einzigartige Welt erschaffen und nach diesem Produkt sind wirklich, ich würde mal sagen, fast alle Frauen total verrückt. Die Rede ist von dem Dyson Airwrap. Mit dem Dyson Airwrap kann man halt so einzigartige Frisuren kreieren, die man normalerweise nur von so einem Stylisten kreieren kann, wie zum Beispiel geschwungene Wellen oder geschwungene Locken. Und Leute, glaubt es mir, die Frauen der Schöpfung lieben dieses Produkt. Siebtens, Pflegeprodukte. Da gibt es natürlich eine riesige Auswahl an unterschiedlichsten Pflegeprodukten. Mein Tipp an euch, wählt am besten Unisex-Pflegeprodukte aus, wie zum Beispiel ein hochwertiges Shampoo oder einen hochwertigen Conditioner. Dann habt ihr an dieser Stelle auch noch direkter was von. Achtens, eine elektrische Gesichtsreinigungsbürste. Das Unisex-Reinigungstool, was nicht nur von Frauen benutzt werden kann, sondern natürlich auch von uns Männern. Also hast du am Ende des Tages von diesem Geschenk auch noch was. Denn dieses Produkt entfernt 99% an Rückständen wie Schmutz, Öl, Make-up oder abgestorbene Hautzellen von deiner Haut. Und Leute, ich kann euch safe garantieren, dass eure Frauen sich auf jeden Fall über eine porentiefe Reinigung ihrer Haut safe freuen werden. Neuntens, Haare sind uns wichtig. Uns allen, nicht nur den Männern, sondern natürlich auch den Frauen. Und viele Frauen glätten sich regelmäßig ihre Haare. Und deshalb ist ein Glätteisen natürlich auch ein hervorragendes Geschenk. Wichtig nur an dieser Stelle, reikt nicht auf ein günstiges Glätteisen zurück, sondern schaut da mal nach der Brand GHD und wählt da zum Beispiel das Platinum oder das Gold Glätteisen aus. Damit werdet ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Zehntens, meine Frau liebt sie und ich habe sie ihr auch geschenkt. Und zwar eine Smartwatch in Form einer Apple Watch. Die gibt es mittlerweile auch in vielen verschiedenen femininen Farben und Varianten mit unterschiedlichen Straps. Elftens, kommen wir zum Klassiker, welcher nie aus der Mode gerät. Und zwar ein gutes Parfum. Falls ihr keine Ahnung habt, was ein gutes Parfum für die bessere Hälfte ist, kein Problem. Online Bruder hat euch selbstverständlich eine passende Liste erstellt mit den Top-Frauendüften, mit denen ihr auf jeden Fall nichts falsch machen könnt. Ist natürlich hier unten in der Infobox verlinkt. Next one, der City Guide für Design Lovers. Deine Frau mag bestimmt schöne Hotels, gute Cafés, schöne Restaurants. Check mal den City Guide für Design Lovers aus. Gibt es für viele europäische Städte als auch für internationale Städte. Und das kann man natürlich auch hervorragend mit einem Städtetrip verbinden. Apropos, zu einem passenden Städtetrip gehört natürlich auch immer ein cooler und schöner Rucksack. Denn wenn man auf einem Städtetrip unterwegs ist, möchte man nicht immer mit einer Tasche rumlaufen. Von daher eignet sich natürlich auch ein Rucksack, der schön stylisch, cool und elegant ist. Natürlich hervorragend als Geschenk. Ich habe es eben schon erwähnt, die Brand Dyson hat es geschafft, Produkte zu entwickeln, die von Frauen gehypt werden, wie von Apple jüngern. Das neueste iPhone. Und auch der Föhn von Dyson ist ein Produkt, was von den Frauen wirklich megamäßig geliebt wird. Ein hervorragendes Design, gepaart mit einer megamäßigen Performance. Deine Frau wird dir deine Füße küssen, wenn du dieses Produkt verschenkst. Wo manche Männer vielleicht etwas nachlässig sind, achten die Frauen der Schöpfung ganz besonders darauf und geben sich auch besonders viel Mühe. Und zwar für die Pediküre und Maniküre. Und warum dann nicht mal einfach ein wertiges, schönes Maniküresset verschenken? Weiter geht es mit einem Fitness-Tracker, beziehungsweise einem Fitnessband. Soll natürlich jetzt nicht direkt heißen, dass deine Frau ein paar Kilos abnehmen soll. Man trackt natürlich mit so einem Fitnessband nicht nur seine sportlichen Aktivitäten, sondern auch andere wichtige Daten. Deshalb ist es natürlich sehr, sehr hilfreich. Da gibt es natürlich viele verschiedene Anbieter. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung auf jeden Fall das Whoop-Band sehr empfehlen. Machen wir weiter mit einer Trinkflasche und zwar mit einer ganz besonderen Trinkflasche, der Trinkflasche von der Brand Air Up. Da hast du die Möglichkeit, so verschiedene Duftpots auf die Flasche drauf zu klicken. Und dann, wenn du aus der Flasche Wasser trinkst, ganz normales Leitungswasser, hast du das Gefühl, einen Saft zu trinken, wie zum Beispiel ein Eisdee oder einen Apfelsaft, obwohl du tatsächlich nur Wasser trinkst. Wenn eine Frau eine Sportskanone ist oder zum Beispiel gerne Fitness macht oder gerne laufen geht, dann wären zum Beispiel Laufschuhe auch eine gute Geschenkmöglichkeit. Schaut da gerne mal bei den Brands Hooker oder auch Onrunning vorbei. Die werden aktuell gerade sehr gehypt und haben besonders meiste Modelle. Ein weiteres Apple-Produkt, was sich ebenfalls hervorragend als Geschenk eignet, wenn man wieder etwas tiefer in die Tasche greifen möchte, ist zum Beispiel ein Apple-iPad. Ladies and Gentlemen, bitte lüncht mich nicht für die nachfolgenden Geschenkideen. Auch wenn diese aus dem Bereich Haushalt kommen, bin ich mir sicher, dass einige Frauen sich tatsächlich darüber freuen werden. Viele Frauen haben ihn bereits und man kann anscheinend alles damit kochen. Ja, die Rede ist von einem Thermomix. Man muss ja nicht direkt das Gerät an sich verschenken, sondern für den Thermomix gibt es auch vieles an Zubehör. Und ich bin mir sicher, dass die ein oder andere Frau, die stolze Besitzerin eines Thermomixes ist, sich über Zubehör sicherlich freuen wird. Machen wir weiter mit dem wohl gehyptesten Haushaltsprodukt der letzten Jahre und zwar mit einem Air Fryer. Leute, die Dinger funktionieren wirklich hervorragend und ihr werdet euch wundern, wenn ihr diesen Air Fryer verschenkt, wie oft eure Frau dieses Gerät nutzen wird. Und ich kann euch sagen, man kann damit auch tatsächlich sehr gesunde Gerichte kochen. Apropos gesund. Ein Smoothie am Morgen vertreibt Krankheit und Sorgen. Und ich kann euch eins sagen, über 30.000 positive Wertungen können sich nicht irren. Wenn ihr diesen Smoothie Maker verschenkt, dann werdet ihr definitiv auch positives Feedback von eurer Frau bekommen. Bei dem nächsten Gerät könnte das positive Feedback vielleicht etwas auf der Kippe stehen. Ich möchte dieses kleine Helferlein trotzdem nicht unerwähnt lassen und zwar einen Robo-Sauger. Man könnte sagen, so unterstützt du deine Frau im Haushalt, ohne dass du anwesend bist. Und ich muss sagen, ich finde die Idee hervorragend. Kommen wir zum letzten Haushaltsgerät, denn ich will nicht zu sehr in eine Richtung abdriften und vielleicht noch von meiner eigenen Frau einen auf den Deckel bekommen. Aber dieses Gerät ist wohl das nächste gehypte Haushaltsgerät und zwar macht es auch Spaß für die ganze Familie. Die Rede ist von der Creamy Ice Maschine. Da hat nicht nur die Frau was davon, sondern auch die Kids und am Ende des Tages auch du. Weiter geht's mit einem Beauty-Produkt, was man hervorragend verschenken kann. Die Frauen lieben es, denn dieses Gerät verhindert das Nachwachsen von Haaren und bietet 12 Monate seidig glatte Haut. Die Rede ist von einem Haarentfernungsgerät in Form eines Lasers von der Brand Philips. Ich habe es selber schon mal ausprobiert. Es tut auch nicht weh und es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Gleiche Brand, anderes Produkt und zwar eine elektrische Zahnbürste und ich kann einfach nur sagen, wow. Die Philips Sonicare Diamond Clean Prestige 9900 ist einfach nur wow. Und genau das wird auch deine Frau sagen, wenn sie sich mit dieser Zahnbürste die Zähne geputzt hat. Deine bessere Hälfte hat einen feinen Gaumen und trinkt hin und wieder auch mal gern ein Gläschen. Dann halt doch mal aufschauen nach einem exklusiven Wein oder nach einem exklusiven Champagner als Geschenk. Wenn die Flasche nicht direkt geköpft wird und man vielleicht nur ein Gläschen daraus getrunken hat und man möchte, dass der edle Tropfen einfach noch etwas länger hält, dann kann man auch direkt noch einen passenden Weinverschluss mit Vakuumpumpe verschenken. So hält der edle Tropfen einfach noch ein paar Tage länger. Next one, Duftkerzen. Duftkerzen sorgen für eine ganz relaxte, entspannte Stimmung und natürlich auch für eine ganz bestimmte Atmosphäre. Ja genau, da kommt man nämlich in so eine Kuschelatmosphäre und von daher wäre zum Beispiel eine Kuscheldecke, um einfach ein bisschen Zeit mit deiner besseren Hälfte auf der Kuscheldecke beim Kuscheln zu verbringen, ebenfalls ein gutes Geschenk. Trinkt deine Frau eher Kaffee oder Tee? Egal, ein exklusives Tee- oder Kaffeeset ist auch immer eine gute Geschenkoption. Auch ein wertiger, kuscheliger Bademantel kommt bei den Frauen der Schöpfung als Geschenk immer gut an. Apropos Baden, wenn deine Frau zum Beispiel gerne in die Badewanne steigt, um zu entspannen, wäre zum Beispiel ein Badesalz auch eine gute Möglichkeit, deiner besseren Hälfte eine Freude zu machen. Weiter geht's mit einem Shiatsu-Massagegerät für den Nacken als auch für den Rücken, welches massiert und gleichzeitig auch noch wohltuende Wärme abgibt, damit deine bessere Hälfte immer relaxed und entspannt ist. Es gibt übrigens auch ein sehr geiles Massagegerät für die Beine und zwar eine Art Kompressionstherapie. Eignet sich hervorragend bei der Regeneration nach dem Sport, aber auch gegen Wassereinlagerungen. Da muss man zwar etwas tiefer in die Tasche greifen, aber es ist ein richtig geiles Gerät. Naja, anstatt ein Gerät für die Massage zu nutzen, könnt ihr natürlich auch einfach einen Gutschein für eine professionelle Massage organisieren. Oder ihr legt einfach mal direkt selbst Hand an, organisiert ein schönes Massageöl und knetet eure Lady mal schön selbstordentlich durch. Ein Tag Auszeit in Form eines Day Spas ist auch immer eine richtig schöne Sache und ein richtig gutes Geschenk. Und ich denke mal, fast überall in Deutschland gibt es irgendwie eine schöne Therme oder ein gutes Spa. Da wird man auf jeden Fall fündig. Und anstatt sich die Nägel selber zu machen, freut sich wirklich ausnahmslos jede Frau darüber, sich die Nägel machen zu lassen. Dementsprechend ist ein Gutschein für ein Nagelstudio immer eine Bank. Blumen eignen sich als Geschenk für Frauen natürlich immer, aber vielleicht freut sich deine Frau ja auch über Infinity-Rosen, die tatsächlich bis zu drei Jahre haltbar sind. Dementsprechend kann deine Frau sich über drei Jahre lang hinweg über die Geschenkenblumen freuen. Ein Journal, Tagebuch oder auch ein Kalender kann ebenfalls auch eine gute Möglichkeit sein, deine Frau eine schöne Freude zu machen. Ganz simpel, ein Kochbuch. Und das Kochbuch heißt tatsächlich auch simpel. Simpel, das Kochbuch, überraschend und einfach und immer besonders. Der Spiegel-Bestseller mit über 130 Rezepten. Darüber wird sich nicht nur deine Frau freuen, sondern höchstwahrscheinlich auch du. Falls deine Frau ein bestimmtes Magazin oder eine Zeitschrift gerne liest, wäre zum Beispiel auch ein Jahresabo für genau dieses Magazin oder diese Zeitschrift eine gute Option zum Verschenken. Konzerttickets sind natürlich auch immer ein hervorragendes Geschenk und ein cooles Erlebnis. Gerade dann, wenn man zum Beispiel einen Lieblingssong hat und genau diese Band gerade in einer bestimmten Stadt spielt oder man schon immer mal einen bestimmten Künstler live sehen wollte. Das Thema mit dem edlen Tropfen hatte ich eben schon mal erwähnt. Und man könnte jetzt nochmal das Ganze weiterspinnen und sich vom Profi beraten lassen und einfach mal ein richtig schönes Weintasting verschenken. Wenn du deiner Frau und in gewisser Weise auch dir was Gutes tun möchtest, dann ist ein HelloFresh-Abo auch eine richtig gute Geschenkmöglichkeit. Somit verbringt ihr zum Beispiel dann mehr Zeit beim Kochen und könnt euer Dinner dann zum Beispiel gemeinsam zubereiten. Um seine Kenntnisse in puncto Kochen einfach so ein bisschen zu vertiefen und zu verfeinern, könnte man zum Beispiel auch einen Gutschein für einen Kochkurs verschenken, was tatsächlich auch als Paar richtig viel Spaß macht. Und man lernt noch was dabei. Apropos Paar, jetzt gibt es auch wieder eine Paar-Aktion und zwar nennt sich das Ganze Paar-Floating. Floating bedeutet, du bist in einer Salzsohle drin, die ist super warm, ungefähr 40 Grad und du schwebst im Prinzip in diesem Wasser. Kann man zu zweit als Paar machen, habe ich auch schon mal gemacht und kann ich euch auch highly recommenden. Kommen wir noch zu einem Klassiker. Klar, auch im Zeitalter von Amazon Prime, Netflix und Co. kommt es immer richtig gut an, wenn man sich Zeit nimmt für einen gemeinsamen Kinoabend. Apropos Zeit, ungeachtet von allen Geschenken, die ihr verschenken könnt oder die ich heute in dem Video erwähnt habe, ist Zeit das Wertvollste, was ihr zu verschenken habt. Denkt dran. Falls du aktuell noch jemanden kennst, der auf der Suche ist nach einem passenden Geschenk für seine Frau, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video heute etwas Inspiration liefern und wünsche euch auf diesem Wege ganz viel Spaß beim Verschenken.